Ich würde noch einige Worte über Kiews Politik sagen. Es ist wirklich so, dass Kiews Politik den Genozid der ganzen Bevölkerung von Donbass betreibt. Sie schämen sich nicht einmal dafür, dass sie dort soziale Einrichtungen zerbombten. Einschließlich den Donetsker Flughafen haben sie dem Erdboden gleichgemacht. Und dabei erwähne ich noch nicht einmal die schrecklichen Opferzahlen der Bombardements. Der Donetsker Flughafen war ein gigantisches Infrastrukturobjekt, auf den die Region stolz war. Sie zerstörten Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und so weiter. Das heißt, sie bereiten das Volk von Donbass für die Rolle der Sklaven vor. Und sie verheimlichen dies auch nicht. Es genügt sich, die Reden der Kiewer Nazis anzuschauen, um es zu verstehen. Zum Beispiel Herr Liashko. Aber auch Präsident Poroschenko mit seinen Aussagen liegt nicht weit von ihm. Das heißt, faktisch betrachten sie Donbass als eine reine Einnahmequelle, als ein Ort, aus dem Profit gepumpt werden soll, und das auf Kosten der massiven Ausbeutung der dortigen Bevölkerung. Es ist für uns offensichtlich, dass die USA die Kiewer Nazis, den Präsidenten Poroschenko persönlich und die komplette Regierung vollständig kontrollieren. Die USA treiben sie zum Krieg gegen Donbass bis zum siegreichen Ende. Diesem Zusammenhang würde ich meinem Vorredner widersprechen, der erklärt hat, es gäbe ein Limit. Es gäbe für Kiew Schranken für den Einsatz des Militärs. Nein, es gibt für sie keine Schranken. Sie setzen nun das Mehrfachraketensystem Grad ein. Julia Timoschenko hat gedroht, Atombomben abzuwerfen. Und das sind nicht nur etwa Emotionen von ihr, diese Aussage von ihr hat positive Wellen bei den ukrainischen Nazis geschlagen. Hätten sie über eine Atombombe verfügt, würden sie sie auch abwerfen. Über Slavyansk, zum Beispiel eine Neutronenbombe. Da habe ich keinen Zweifel, dass sie diese Bombe einsetzen würden. Das heißt, sie setzen alle ihnen zur Verfügung stehen. Und sie werden diese Mittel bis zum siegreichen Ende einsetzen, bis der Widerstand in Donbass vollständig vernichtet ist. Und warum setzt Kiew alle Mittel ein? Weil dieser Krieg von den USA geführt wird. Und zwar gegen uns, Russland. Die USA lassen Kiew diesen Krieg führen. Sie beliefern es mit Waffen und Geld und koordinieren seine militärischen Handlungen. Und in diesem Sinne möchte ich meinem anderen Vorredner, Herrn Remizov, recht geben. Er hat gesagt, die Zeit arbeitet für die Kiewer Nazis. Das klingt seltsam, ist aber so. Denn einerseits denken viele, das Kiewer Nazi-Regime würde demnächst unter der Bürde der gigantischen sozialen Probleme der Ukraine zusammenbrechen. Doch das Regime von Saakashvili in Georgien brach nicht zusammen. Und obwohl man es in Georgien geschafft hat, Saakashvili rauszuwerfen, ist es doch nicht durch soziale Revolten geschehen, sondern durch demokratische Vorgehensweisen, die in der Ukraine heutzutage absolut ausgeschlossen sind. Also, warum arbeitet die Zeit in der Ukraine gegen uns? Und insbesondere gegen das Volk von Donbass? Weil die USA und ihre Kiewer Marionetten den Militarisierungskurs in der Ukraine eingeschlagen haben. Und weil die USA in der Ukraine ein diktatorisches, narzisstisches Regime installieren wollen. Weil die USA und Kiew eine totale Mobilisierung der ukrainischen Bevölkerung gegen Russland verfolgen. Und obwohl diese Mobilisierung zurzeit keine große Begeisterung bei den Ukrainern hervorruft, sehen sie sich doch die Dynamik an. Im Dezember 2013 waren es noch 2.000 Nazis in Kiew. Im Februar 2014 zählte man schon etwa 20.000 bewaffneter Nazis. Im Mai sind es schon 50.000, einschließlich Nationalgarde und andere freiwillige Rekruten. Bis Mitte des Sommers werden es 100.000, im September 200.000. Ich meine damit Kiewer Mobilisierungspläne für Dienstfähige. Und gegen Ende des Jahres wird Kiew eine halbe Million bewaffneter Männer haben. Es wird gerade Militärtechnik aus ukrainischen Reservebeständen wieder in Betrieb genommen, repariert und wiederhergestellt. Die Ukraine verfügt über große Bestände an Kriegsgerät und zurzeit wird alles auf Reserve gelagert. Aber zum Beispiel die industriellen Anlagen in Charkov im Osten der Ukraine arbeiten jetzt mit voller Kraft. Die Kapazitäten der dortigen Industrie sind jetzt darauf ausgerichtet, die alte Militärtechnik aus der Reserve wieder instand zu bringen. Und täglich steigt die Anzahl der gepanzerten Fahrzeuge der ukrainischen Armee wegen dieser Belebung der Reservebestände. Das Gleiche gilt für Militärfahrzeuge. Die Industrie in Odessa arbeitet jetzt mit voller Wucht, um möglichst schnell viele alte Fahrzeuge aus der Reserve wieder kampfbereit zu bekommen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir es hier demnächst mit einer mächtigen Militärmaschine zu tun haben werden, die gegen uns aufgestellt wird. Und dieses Militärmonster wird mit Nazis durchdrängt, die ideologisch gegen Russland indoktriniert sind und als Bestrafungseinheiten auftreten. Und diese Nazi-Aktivisten zwingen normale Soldaten, in den Kampf zu gehen. Und das Endziel von all diesen Handlungen und Vorbereitungen ist der Krieg mit Russland. Das bedeutet, wir können diesem Krieg nicht entweichen, weil wenn Donbass fällt, wird es keinen Frieden geben, sondern als nächstes wird die Krim angegriffen. Und das ist kein Scherz, meine Kollegen. Kiew hat diesen Krieg bereits offiziell angekündigt. Die USA drängen die Ukraine hartnäckig und konsequent zum Krieg gegen Russland. Und der Kriegsvorwand wird die Krim sein. Poroschenko erklärte offiziell, er wolle Krieg mit Russland. Und obwohl er das nicht direkt gesagt hat, sagte er, sein Ziel ist die Krim. Und das geht nur mit einem Krieg gegen Russland. Auch Newland, die Vize-Außenministerin der USA, sagte gestern klar und deutlich, sie erwarte von ihren ukrainischen Agenten, dass sie die Krim zurückerobern sollen. Und diese halbe Million starke Nazi-Armee wird auf die Krim einfallen. Da kann kein Zweifel sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang an den bekannten Spruch von Winston Churchill erinnern, der gesagt hat, wer zwischen Krieg und Schande sich für die Schande entscheidet, bekommt sowohl den Krieg als auch die Schande. Und das bedeutet nicht, dass wir unsere Panzer nach Kiew losschicken sollen. Nein, wir haben es mit einem modernen Krieg zu tun und wir müssen dem Genozid in Donbass ein Ende setzen. Dazu haben wir das Recht und das Völkerrecht erlaubt es auch. Und dafür genügt, wenn wir den Himmel über Donbass schließen, eine Flugfreizone über Donbass einführen. Dann könnten wir denselben Mechanismus anwenden, den auch die Amerikaner in Libyen angewandt hatten. Zuerst die Einrichtung einer Flugfreien Zone und dann aus der Luft schweres Militärgerät des Gegners neutralisieren. Panzer, Artillerie und Flugzeuge. Und auf diese Weise haben die USA das libysche Regime kampfuntauglich gemacht. Und wir haben noch die Möglichkeit, diesen Mechanismus anzuwenden. In einem halben Jahr wird es eine solche Möglichkeit nicht mehr geben. Ich kann jetzt ausführlich erklären, warum die Amerikaner den Krieg zwischen Ukraine und Russland brauchen, falls es jemanden hier interessiert. Die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk haben bereits ihr gemeinsames Föderationsparlament gebildet und das ist ihr Machtorgan. Und dass die Kiewer Junta die Verhandlungen mit diesem Machtorgan nicht führen will, erklärt sich aus dem Grunde, dass Kiew nicht souverän ist. Denn faktisch gesehen befinden sich die Kiewer Machthaber unter der Kontrolle der USA. Deswegen müssen wir, und das ist sehr wichtig, das Territorium der Ukraine als ein von den USA okkupiertes Territorium betrachten. Ausgenommen das Gebiet von Donbass, wo Widerstand geleistet wird. Wenn wir das Koordinatensystem richtig bestimmen, wird es uns klar, was wir zu tun und wie wir zu reagieren haben. Die Ukraine wird von den USA und deren Söldnern okkupiert, die das ukrainische Marionettenregime dazu nutzen, die ganze ukrainische Bevölkerung zu indoktrinieren, zu mobilisieren und gegen Russland aufzustacheln. Die USA wollen zuerst einen Bürgerkrieg in der Ukraine organisieren, um dann zum Weltkrieg überzugehen. Und da wollen sie ganz Europa und ganz Eurasien involviert sehen. Und deswegen ist es wichtig, die reale Situation zu sehen und die richtigen Begriffe zu benutzen. Wir rufen andere Regionen der Ukraine dazu auf, sich nicht dem Donbass anzuschließen im Sinne der Unabhängigkeitsbestrebungen. Nein, wir rufen sie dazu auf, sich von der US-amerikanischen Okkupation zu befreien. Ich bestehe darauf, das Koordinatensystem für uns richtig zu bestimmen. Und zwar, Kiewermachthaber sind nicht selbstständig, sie sind im Grunde genommen US-amerikanische Agenten. Poroschenko hat die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nicht gewonnen. Die Experten schätzen, dass er maximal 40 Prozent der Stimmen bekommen hat. Das ist aber wieder ein Thema für sich. Das Territorium der Ukraine ist okkupiert, es ist unter der Kontrolle der USA. Und es gibt dazu eine Menge von Tatsachen, die davon zeugen. Amerikaner haben in der Ukraine das Aufhalten ihrer Berater und Militärinstrukteure legalisiert. Der ukrainische Geheimdienst SPU ist vollständig unter der Kontrolle der CIA. Also insgesamt ist die Ukraine von den USA okkupiert. Und wir müssen hier über die Befreiung von der UN-legitimen Okkupation der Ukraine reden. Und die USA nutzen die ukrainischen Massenmedien für das Aufkommen der narzisstischen Psychose im Lande. Mit Hilfe der ukrainischen Nazis wollen sie den dritten, nein, den vierten Weltkrieg entfesseln, wenn wir den alten, kalten Krieg als dritten Weltkrieg mitzählen. Und ich würde vorschlagen, unsere nächste Sitzung den Gründen zu widmen, warum die USA diesen Krieg wollen, warum sie den ukrainischen Nazismus gezüchtet haben. Die USA haben die ukrainischen Nazis dafür gezüchtet, um in der Ukraine diesen Bürgerkrieg auszulösen, der dann als Vorwand dazu dienen soll, die Ukraine gegen Russland in einem direkten Militärkonflikt verwickeln zu lassen. Damit wollen sie zuerst einen regionalen Konflikt in Europa schaffen, um ihn dann zu einem vierten Weltkrieg entflammen zu lassen. Diese Aggressionen der USA richten sich nicht nur gegen Russland, sie richten sich in erster Linie auch gegen Europa. Sie haben in den Kriegen in Europa profitiert. Vom Ersten Weltkrieg haben sie profitiert, vom Zweiten Weltkrieg und vom Kalten Krieg mit der UdSSR auch. Alle Kriege in Europa waren traditionell für die USA wirtschaftlich von Vorteil. Der Krieg in Europa ist der Weg der USA zum Wirtschaftswunder. Es war immer so. Dieser Krieg richtet sich auch gegen China, weil wir sehen, wie Japan und Südkorea intensiv aufrüsten. Die USA haben offiziell verkündet, man werde in Japan und Südkorea neue Raketenschutzschilder aufbauen. Und das richtet sich nicht nur gegen uns, sondern auch gegen China. Deswegen sollten wir verstehen, dass der Schlüssel zur Lösung der ukrainischen Katastrophe in Washington liegt. In Washington liegt der Tod des Narzissmus, sozusagen. Daher schlage ich vor, die nächste Sitzung mit diesem Thema zu machen. Wir brauchen eine breite Antikriegskoalition. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020